So und hallo zu GRID 2. Heute aus Nusserse aus meiner Perspektive. Hallo. Mit, genau. Und Nils will nicht, ich kann ihn mal dafür dicht flamen. Ja, flamen Nils mal, der ist aus dem MTS, der hört das. Welche checker war das? Ähm, äh... Die schnell, langsam, mit Kurven drehende Strecke? Okay. Ich mach einfach mal den Sicherheitshalter Bugatti. Ja, sicherheitshalter Bugatti. Ja, sicherheitshalter Bugatti. Also vorher war's Jasmarina, glaube ich, aber ich glaub, das wurde gevotet oder so. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es Jasmarina war oder nicht, deshalb. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, deswegen. Ich weiß auch nicht, was für Modus. Äh, Checkpoint. Das weiß ich. Meine, die hätten die Strecke eben gevotet, eventuell. Ja, ja, das kann ich angehen nicht, weiß es nicht. Ah, ich weiß nicht. Doch, Jasmarina, ja, Hellchicke Ezek nehmen kann. Nein, die Tore. Aber egal, Bugatti geht auch. No, Bugatti geht immer. Die Kelle wird easy. Na, ich werde erster, wenn ich erstmal aus der Wand geht, dann rauskommt. Richtig, und da werde ich drin starten. Oh, ja. Obwohl nicht, ich stand eben ziemlich weit vorne. Ich stand ganz weit hinten. Oh, ja, elf, elf, elf. Ey, ich starte, und ich bin noch im Fenster-Modus. Na, ich rate mal, wer ganz hinten steht. Na, ich seht. Ja. Geil. Freu mich. Yay. Letzter. Gut, gut. Ja, jetzt seht ihr auch mal Kelle sein in Fahrweise. Also mein ganzes Skill. Genau. Er ist nicht vorhanden. Er sagte Nils, der zu du keinen Bock hat mitzuzauen. Genau, weil er zu schlecht ist. Ja. Er ist auf Weckerung geworden. Boah, ey. Ja, ja. Ich hab hier hartproduktiv gearbeitet. Jetzt aber auch sein lassen können. Nö. Oh, nein. Hier ist Kove. Das war voll kompliziert. Oh, Mann. Soll ich mal eben das machen, was Kelle vorhin machen wollte? Eigentlich was ist Personenbannen, oder was? Das sieht doch nicht aus. Eggi? Jo, Spiel minimiert es nicht, läuft. Jo. Der ist unsichtbar, aber ich knall trotzdem noch den, den. Ah, Windows sagt sich Farbschema ändern und minimiert das Spiel einfach mal. Ja. Das ist toll. Alter, Windows ist so behindert, alter. Ja. Also ich spiele 4 zu 3 Fenster-Modus. Macht Spaß. Auch awesome. Ja. Ja. Ja, ich bin noch auf dem neunten Barton, weil ich schon wieder ein, zwei Mal irgendwie von so spätestens weckern worden bin. Na, ich bin zwar noch Erster, aber ich glaub, das wird nicht reichen für den Sieb, das wird mir dann eben schon ans Zeit gekostet hat. Ja, klar. Ja. Stand sei er die ganze Zeit dann. Ja, was heißt Stand? Ich bin halt gerollt, ne? Ja, ja. Juhu! 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 Okay, da ist der Zweiplatzierte. Der Spiel hat mich erst mal zwei Checkpoints zurückgesetzt. Nice. Weil ich neben der Strecke kurzfahre einfach mal direkt ist und zurückgesetzt wurden. Zwei Checkpoints. Oh, na, das geht schön abkürzend, dann halte ich jetzt einfach schön auf da. Hehehehe. 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 Und das war's für mich. Wie weit bist du? Äh, sieben drei. Sieben drei. Oh, wird knapp. Kann ich aber schaffen. Ja. 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 Okay, ich bin jetzt raus. Oh, zwei Dana. Ganz okay. Ihhh, das sieht ja scheiße aus. Was? Halt die Presse, das sieht Hammer und Mega-XX edit aus. Nein, es ist okay. So Nils, du bist jetzt fertig, jetzt komm rein. Bei Grid. Fein. Flamed Nils mal einfach davon. Ja, ist echt so. Flamed Nils. Einfach in die Kommentare schreiben, was für ein Noob er ist. Oh, ja. Hallo, ich hab... Weil sie hat einfach Angst, dass die Leute sehen müssen, wie schlecht er ist. Ah, deshalb hab ich auch noch nicht mitgespielt. Ja. Mittlerweile schämenst du dich ja dafür, weil dein Level schon mittlerweile höher ist. So sieht das aus. Hallo, Eggie, ich musste das Worms Revolution, den Schriftzug muss ich rausschneiden und die Würmer alle. Du willst jetzt ein Eis oder was? Ja, hast du ein Eis da? Ja, muss ja kommen. Was, Eggie, lässt Leute in sein Haus rein? Ja, aber nur mit Gas und Ausweist. Auch nur deutschen Ausweist, wahrscheinlich bei dir nicht. Du musst aber auch an der Security vorbeikommen, die knallt sich so uns ab. Oh, Mann. Dein Witter sehr ernst gemeint, ich weiß nicht warum du Lust. Ja, ich weiß nicht. Oh, ja, das gab ihr Fehl. Ja, ich hab's gar nicht gesehen. Ne, ich hab's gesehen. Oh, bald kann ich Dings enttunen. Äh, Königsegg. Oh, Brands Hedge. Ah, S1. Geil. It's nice. Ja, wenn du es mir rumbringst. S1, Brands Hedge. Äh, ne, musst du abholen. Okay. Oh, wer votet das denn, ey? Ich. Ernsthaft. Ich hab keinen Bock auf Drift S1. Und deswegen müssen wir jetzt so ne Kotze spielen, oder was? Ja, das ist nun nicht mein Plan gewesen. Ja, das hättest du dir aber denken können, aber nee, du hast ja kein Brain. Nö, nö, nö. Halt die Fresse. Nö, nö. 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 Gut. Oh. Dafür mal den Bullschel-Laber-Musch. Ja, auch für jeden. Wie hieß das nochmal, Callin and Duma auf? Ich will nur eben was essen nebenbei. Ne, dann hab ich nur gesagt, damit ich das nicht aufnehmen muss. Nö, ja. Oh ey, du hast ja nen Bakmono genommen auf die Strecke. Oh, ich hab die Strecke ehrlich gesagt nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Deswegen hab ich den Atomen genommen. Nö, ja. Nö, ja. Fett. Fett. Fetter Panzer kann gleich sein. Panzerähnliches Fahrzeug. Mercedes-Ein-Level-Hopitude. Nö, keine Ahnung. Der sieht aus wie der Golf. Aber das kann ja gar nicht sein. Doch, ich glaub der Bug... Oh shit. Jetzt kannst schon mal das Spiel starten, dann kannst du gleich reinjoinen. Ja. Cool. Warum nicht? Ja. Absoluter Motherfuck. Oh, magische Wannenanziehung. Ich komm von der Wannen nicht. Oh, doch. Oh shit. Oh, man. Ich bin da scheiße. Ja, wie immer, ne? Ja, ja. Ein Kommeter unter der heutigen... Wittsfolge oder... Ja, der Gäste kriegen Landwirtschaftsfolge. Landwirtschaftsfolge? Wirtschaftsfolge, ja. Landwirtschafts-Simulator-Folge, wenn denn. Was will der? Der hat geschrieben, weil wir uns ja geparkt haben und wir auch immer Geld gekriegt haben, als wir den Zug abzucht haben. Ach so, ja, ja. Die Aktion, ja. Der kommt aber definitiv von dem Zug. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 das glaube ich dir. Wie schnell fährst du? 163. Ja. Ich bin zwar halt wirklich offen gefahren, glaube ich. das kommt vom zug aber ich weiß nicht warum antwortet auch selbst hoffentlich findet ist qualifiziert wurde er schön in die bande gehauen als er fahrt noch zwei hat gefragt beim trug das noch so viele fahren ist ja ja das ist tatsächlich so wie sag ich bin es auch so bezeichnet der eine hat gegen den mann gegen die kai verkackt er wollte es qualifiziert wurde aber wahrscheinlich kai fahrer weggerammt oder so muss man ja manchmal keine chance gegen die errichtet er so power das wäre nicht sehr vorteil alter die fahren noch scheiße sind die bitte keine ahnung fast so wie nils war nein jetzt war ja letzt auch besser als du ein rennen und es war drift drift zählt nein auch auch check point ja nils wenn du so gut bist kommt doch her und zack mit ich will nicht dass du aber wieder rage quittest sagt der richtige sagt er ja auch ja du bist der rage quitter ach komm schon nils ja nils komm da da geht doch was komm das ist doch funny alter vielleicht zock ich nächste woche auf minecraft mit ach was wie kann mir das ist es ist so egal wie du mir jetzt gesagt bist ja ok ey wie lange soll ich euch folgen machen zwei oder drei rennen drei rennen ok gut und jetzt nach diesem rennen machst du mit yay jah oh in japanapolus oh in japanapolus alt die haben wir ewig nicht mehr gefahren ich ich glaube die ja und jetzt in zwei stunden in diesem spiel sind wir nicht mehr gefahren oder die sind wir schon seit ein paar monaten nicht mehr gefahren ewigkeiten da hast du den neuen trailer von star wars gesehen den teaser meinst du nicht trailer ja dieser trailer ja ein teaser trailer genau für den panzer das wäre auch eine option habe ich noch nicht gewählt gehabt aber jetzt habe ich den genommen ja na ich brauche panzer nachmacher ja wenn er den panzer fährt muss ich mich erwehren können jetzt kommen die jetzt nein doch nein man den levitts noch ein bisschen und dann kriegst du die richtig geilen Kahn und gehst auch voll ab den kannst du irgendwann mit uns mithalten oder besser als fälle wow ich schlage jetzt auch öfters schon der spielt auch noch mit man nicht übertreiben sagt er öfters nicht immer einmal vorhin gewesen jetzt schon geil was denn das rennen eben also das erste rande habe ich schon war ich vor bei checkpoint wow man spürt es sich minimiert man selbst dann heißt du eigentlich michel er ist so ach nils jetzt schon zweiter sehr vorteilhaft dass sie quasi unter die wird erst mal den audi hier wegkommt die u die erste kurve nicht so geil erwischt weil in der nahrung hinter die fährten panzer ja bist du unter mir nein golfpanzer ah ok ja ich kann mir egal sein ich fahr auf panzer oh shit ich bin gerade kacke oh fuck ich bin gerade kacke es geht auch kein abkürzen gerade für mich wenn du mal siehst wie hoch ich grad lang fahr malzeit war zeit fahren alter der panzer vor mir ist turk turk jetzt jetzt mach jetzt das ist doch auch langweilig wenn du da nur so rumgammelst jetzt join nö alter mann der erste wird die ganze zeit unsichtbar und sichtbar bei mir ne ich hab Angst dass ich in den reinknall der unsichtbar und sichtbar ja wir sind nämlich bei formel 1 das ist nicht so dramatisch in diesem game zu not haust ihn einfach weg ich weiß aber trotzdem müssen die ganze zeit sichtbar und dann wieder unsichtbar und dann wende ja aber ich überhole ihn einfach mit skill aber wir haben die cheater in der lobby echt ah der erstplatzierte der geht gut ab mit seinem Nismo den muss ja mal ein bisschen bremsen hier sechs sekunden schneller als ich na ok meint er vorne ist so premium ich hab ein paar kurzen ganz gut verschissen jup ja ja es gibt schon abkürzen es gibt schon abkürzen oh ja ich steh mal schön naja hier ist ich kalt aber außen rum gefahren weil ich nicht so unsichtbar bei dir oder was nö nö ja 20 jahrelich aber ich dankeschön bitteschön kurva wird beide nicht so premium bekommen aber du hast mich ja wieder rein gebracht er hast du wie gemacht muss sie halt nicht immer produzieren dass sich auf immer nach frei waren jetzt muss den steam öffnen und da steht den gewiss war unterdrückst auf spielen den starten macht also also was war das mit zwei die schieder schöne wandel gedrückt ja antwortet nene wird zwei gestartet Ja, ist auch egal. In dem Startum hat es 2. Richtig. Ja komm Nils, jetzt mach Alter. Ohne Scheiß. Eine Runde. Eine Runde. Ich bin mit auf 2. Oh Nils, mach einfach jetzt mit. Nein. Doch man. Warum hast du dir das Spiel denn gekauft? Oh, ich weiß was passiert. Wieso, was passiert denn? Irgendwann hat keine Folge gespammt. Ja. Das kann nur eins sein. Dich. Nein. Also ich hab keine blockiert hier. Echt? Ich krieg keine Nachrichten. Weil du dich voll gespammt hast. Ich mach nicht. Also dich ja gar nicht. Weil ich nicht so dicht gespammt hab auf jeden Fall. Warum hast du denn gespammt? Ja niemand. Ich kenne, bist du halt Spaß. Das will ich nicht. Nein, das will ich nicht. Du musst auch nicht mich voll gespammen. Nein. Oder wie du sagen würdest. Ich weiß gar nicht, dass du der Herrlich bist. Ich weiß gar nicht, dass du der Herrlich bist. Mein Steamlist. Ich dachte, du heißt Lars Harlock. Nils, das ist eine Aufnahme. Das ist unprofessionell. Ach, deine Mutter ist auch eine professionelle. Ah, Nils, jetzt komm mal. Mach mit. Naja. Gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Vielen Dank.